hallo leute und herzlich willkommen zurück zu let's play volan 2 letzte folge haben wir uns dem super saiyajin redo gestellt und als ich jetzt in speicher schon gerade geladen habe habe ich mich gewundert lag die leiche letztes mal nicht noch also ich habe nichts gemacht da letztes mal gespeichern aufgehört jetzt irgendwie weg ich hoffe ich habe sich irgendwas wichtiges verpasst dadurch aber naja wir wollen auf jeden fall heute das labor betreten was sich aktivierte letzte folge mal schauen was darin passiert ok einsatz zieht es mich da rein andererseits habe ich ein ganz schlechtes gefühl ok ich so einladen aus ich kann schlagen okay was passiert jetzt unglaublich solche relikte habe ich doch nie zuvor gesehen ich habe ein gutes gefühl bei dieser sache ich auch erscheint so es sieht so aus als sei dieser ort seit einer ewigen zeit verlassen da leuchtet energie ich finde es ist so verlassen aus er wurde seit professor giros verschwinden hat sich niemand mehr hier verirrt wie auch die tür war zu aber 50 jahren erstaubeln wir ja irgendwo über seine gebiet gebeine oh ne gebeine ja doch wenn wir glück haben vor wegen glück schließlich ist der professor aller wahrscheinlichkeit nach hier gestorben ich frage mich wo das hier gut ist nicht ausprobieren ist die beste reaktion überhaupt eigentlich kaum du kannst du doch denken dass das kein gespenst ist oder sieht man nicht nach einem gespenst aus ja mir auch nicht eher nach einer aufgezeichneten nachricht warum hören wir sie uns nicht einfach an 15 februar 947 ich habe vergessen welches jahr wir gerade haben soeben bin ich in dieser zeit angekommen ich habe das signal des perfekten modells nachher folgt dass mich bevor ich weil hier geführt habe bevor ich weiterlese wir hatten in dieser story so oft über leute mit leuten zu sprechen die orangene haare hatten der prophet hat der orangene haare wir haben orangene haare der störe hat orangene haare der kajira hat oder orangene haare entweder ist das nun alles der prophet gewesen den wir getroffen haben weil die haare aber ein bisschen heller aus unsere gerade aus dieser sicht oder wir sind das gewesen weil ich kann mir nicht vorstellen dass viele leute diese zeitreise entdeckt haben aber ok schauen wir weiter wie sich das entwickelt es gelang mir die lust zu werden ihn und die frau ich würde hier bleiben und auch warten dass du bx erscheinen ende der aufzeichnung das ist doch ohnehin zweifel professor giro er hat sich nie ohne diese maske blicken lassen ja aber sonst wüssten wir ja wer es ist der prophet oder wir das muss bedeuten dass auch er durch die zeit reisen konnte klingt so scheint welches zeitmaschine da drüben lasst uns die waffe suchen und sie zerstören guck dieser ort ich habe ein mummiges gefühl bei der sache wirklich verblüffend ich sollte mir notizen machen so weiter jetzt können wir nochmal ansprechen ja können wir nochmal mal sehen ob es irgendeinen auf einen grund gibt es nochmal anquatschen können diese bilden ist es schon seit langem leer heißt es da war was drin und da können wir uns damit teleportieren keine ahnung die abstürzendung werden nicht es sind komplexe mathematische formen zu erkennen ein symbol taucht immer wieder auf unendlichkeit ok unendliche energie vielleicht warum ist der auch noch an dieser dieser geflicker nervt ach dieses geflicker nervt und hier dieses bilden ist schon lange leer und das untere geflicker nervt nicht ok prophezeiung wasser wird alles überfluten der ursprung der zeit ok vielleicht war das auch diese komische katastrophe da ein riesiges unglück von sorgiro hervorgerufen worden ist weil dabei auch sehr viel wasser trotzdem ein diagramm eines margeniten das nahe liegt dass etwas darin verborgen ist ich glaube er hätte versucht margeniten künstlich zu erschaffen immer sieht es so aus kann hier was machen dieser computer ist defekt der auch der geht eine truhe ein schieberätsel was war das was dir davor eine art alarm glaube ich womöglich sind wir hier nicht wirklich willkommen ok diese typen gehen ganz besonders fies aus ich glaube wir sollten uns ganz so zusammentun und ihnen das gruppe begegnen ihr werdet gleich ewig reingehen ich darf es alleine bekämpfen oder sehe ich auch so hier entscheidet die strategie wir werden neben den kraft oh aktiv kampf zeitmodus haben wir schon gegen diesen weiteren kampf nice echt nice angriff ok boomerang jetzt mal die normalen angebot probieren ok nice ok werden wir auf die gegner agieren können? ne oder? ne also was so? so kannst du wieder stürmen? versuchen wir auch mal was heißt stürmen? und für gleichen angriff aufbewahren? oder wahrscheinlich einfach so abwarten? ok pure tanked alles ok äh ich töte den mal und jetzt müssten sie es eigentlich schaffen oder? schlitze 1 ok ich mach auf dem anderen oh das geht durch nice das muss ich ein bisschen aim wie sie stehen und jetzt halt mit xp so und wir kriegen geld so ok ich glaube die metallkulturen haben unsere anwesenheit bemerkt als wir auf das gitter getreten sind passt auf wo ihr lauft wo ich näher laufe oh nice endlich mal ein paar richtige rpg also es waren immer schon rpg Sachen aber welche die ich wenn ich mehr vertraut bin heißt das wenn ich da hinten komme noch eine neue? ne ist es ein schieberätsel? nö können wir das irgendwie anders schieben? ach wir können die kaputt machen dann kommen wir von links ran ok was ist das hier? unscharfe Bilder eines sonderbaren herumdüsenden Viehs einer Art blauen Apple Eagle jetzt seltsam blauer Igel erinnert mich gerade an nichts unten ist nichts und wie sehen wir was solche Felder sind? ok einfach nur bei Zufall irgendwas so was haben wir als nächstes? keine ach Combo sehr nice ok ich sehe schon dass irgendwie Kombos ziemlich nice sind also will ich wahrscheinlich nicht immer auf Kombos warten weil das wird mir fixer wie es aussieht sage es klappt gerade so mal an wir haben noch einen Gegner und sehen wir das sollte streichen ja ok lieber treten wir nicht auf nochmal auf so ein Gitter ach so die Gitter aktivieren das? kann das sein? mal gucken ah das kann gut sein dass die Gitter es aktivieren gut nein ich will nicht die XP und so weiter haben dann kommt man da oben ran hm 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 scheint hier irgendwo von oben ok ich will es aussprobieren ob es wirklich bei diesem Gitter passiert ja ok nice da haben wir das auch schon mal gelernt Combo der Gegner ist tot machen wir irgendwie Giftschaden oder machen die Gegner Giftschaden? ach so das war gerade irgendwie keine Anzeige und jetzt und das war's oder? ja lauft besser nicht mehr auf diesem Gitter sie sind nicht sicher aber wir leveln dadurch und wir sind fast level ab na mal schauen so ach so kommen wir da oben lang ok gut verstanden jetzt können wir auch das alles kaputt machen aber wir können es mit meinen Schlägen machen gut zu wissen juhu orikon erz ich will endlich diese Rüstung machen man ich verfluche so ein bisschen dass ich es lang gewartet habe ob ich letztens mal schon was machen soll ich kriege jetzt so viele davon ach ja ah hab ich es wieder vergessen ach kein Problem Comboangriff so so und jetzt greifst du nur mal an wenn ich ach so das ein bisschen was Anzeige wäre weil sie fertig wird werden des Comboangriffs das war's und Bumerang juhu das ist kein Spiel hört auf die Kinder zu treten das macht ihr mit Absicht ein bisschen geht's nochmal nö ich mach das echt so ein bisschen mit Absicht aber das war gerade aus Versehen der Letzte das funktioniert das funktioniert nicht ok der ist größer als die anderen oder dieses Verhältnis ist schon seit langem leer ok ähm ach so also dann das hier lässt sich nicht so leicht umgehen hehehe Bosskampf Fragezeichen auch ein bisschen größerer Gegner nur ok dann so Angriff oh er lebt noch oh jetzt ist er tot ok vielleicht wir auf Comboangriff warten ok gut du machst das größte Malenangriff Mann dieses Kratzen im Hals normaler Angriff und noch ein normaler Angriff und dann war's das auch Gegner werden also stärker müsste der abreichen oder immer noch nicht es kommen doch mehr what the ok ich mach's diesmal anders also das bleibt ein Comboangriff aber ich möchte dass du ähm stürmen machst gut das ist ein härterer Kampf ich seh schon können wir heilen muss ja mal testen oh ich hoffe dass wir ganz gut heilen können hm hier kannst du nur Comboangriff machen ok du machst Eis äh in die Richtung damit wir alle treffen oder zwei wenigstens ich hoffe gleich mal ob Fina heilen kann ah das ist ein harter Kampf oh die bleiben nicht verweist schade Magie heilen äh heisen wir erstmal gut ach das ist halt viel das ist gut erstmal einer weg so das ist besser Pure kann leider nicht heilen was ziemlich schade ist so das heilen sich die Heilerwahl erstmal selber nein ich hab mich verdrückt was macht das ach verwirren nice dann greifen wir einfach mal weiter an müssen eh gleich der Welt ab sein und dann juhu sie greifen sich echt selber aber nur einmal bis es aussieht ok weiß dabei eigentlich würde ich fast schon sagen weil wir haben sie ja schon vorgeschwächt ja ich hoffe es kommt nicht nur eine dritte Welle ah gut das war's auf jeden Fall 35 XP sehr nice 5 Geld halt auch nicht für Level ab wir müssen einen Weg finden diese Gitter unschittig zu machen gegen all diese Kreaturen haben wir keine Chance findest du ich finde das gar nicht so schlecht ok man kann die Kämpfe auch ungefähr umgehen oder auch nicht ist hier oben noch was ich kann wieder ran gehen Fehler letztes System Sicherheitssystem ist noch online letztes Sicherheitssystem ist noch online ok sagt er auch da oben geht es auf jeden Fall weiter würde ich sagen kommt doch zu ganz kleinen Gittern so ein Kampf dann oh da unten ist eine Truhe oh was aha ich glaube ich muss die alle in der richtigen Reihenfolge aktivieren ah da dann geht es ok habe ich schon gewundert ob ich das schieben kann ok ich muss die alle in der richtigen Reihenfolge aktivieren gut zu wissen aber ich will die Truhe jetzt noch kurz holen nein warum denn jetzt mal so viele ok ich mache nur mal einen Angriff du machst Magie heilen dich selber ja und gleich heilen den einfach pure und dann geht alles eigentlich so wieder und wieder und jetzt ist schon wieder alles gut das ist doof ach weil da vorne steht ne vorhin wurde auch immer pure an die Rücken obwohl wir ganz Wunder waren Magie ja einmal noch pure heilen Hermana hat sie eigentlich noch 13 fühlt es sich immer wieder auf ich denke mal pro Runde oder wenn es dran war oder so ach pro Zeit der Intervall ok ach in Sekunden sehr nice ne zurück wir machen jetzt ein Kombo-Angriff auf den da hatte ich ganz gereicht aber vielleicht war das ja ne ok aber es ist ziemlich ok für alles andere was die letzten restlichen Sachen so in letzter Zeit war sehr viel schwerer als dieses System aber wahrscheinlich geht man davon aus dass nicht jeder ein bisschen Erfahrung hat mit sowas weil wenn wir Leute die unerfahren Leute in diesem Bereich können wir das schon im Anspruch soll sein ok ihr habt gerne gesehen dass die Gegner auch so eine Leiste aber ich sehen kann ob ich sie vielleicht zurückschecken wenn wir sie angreifen oder so das wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen ich hoffe jetzt kommt nicht mal ein neuer Kampf immer noch kein man kriegt ja man muss das neu machen den Kampf ok hast dir Zeit dass du noch lange nach unten gehst ne Kambo-Angriff wir machen das nur normal und schädlich so nehmen wir ah warum nicht ich hätte mal gucken was die für Magie hat das habe ich noch nicht gecheckt bei ihr so jetzt warten wir wieder auf den Combo-Angriff wir sollten den zweiten Teil aus das kommt aber immer Magie Frostrüstung ach das kann uns buffen sehr nice weiterfällt es für einen Angriff immun boah 67 war das ein Critical Hit oder bufft uns diese Arme im Angriff es kommen noch mehr ja das kennen wir von eben ja noch Combo auf einen kleinen bitte danke warte mal die Frostrüstung mal sehen ist sechs weniger als vorher oder ist du zu Angriff jetzt geboostert ist die Frage warst du normal Angriff hm du machst auch einen normalen Angriff du machst Magie am besten auf dich selber ja aber das ganz ziemlich nice vor allem dass ich die Mana selber wieder auffüllen gut ich glaube wir sind echt stärker geworden jetzt durch den Buff und jetzt frage ich mich nur was macht denn Schub mal sehen dürfen wir mal ich glaube jetzt ach die Leiste wird sich damit schneller bei ihr jetzt okay natürlich nice zum Heiler heilen ne nicht mich selber das war ein misspickt gut ist aber nice dass ich die Leiste beim Heiler jetzt schneller gefüllt so jetzt mache ich es aber richtig alle müssen hochheilen damit wir für den nächsten Kampf auch gewappnet sind dann der Schub wohl Anhalt frage ich mich weil die Postrüstung ist schon weg bist du vielleicht das letzte Mal jetzt Magie heilen sollte aber aufpassen weil die Mana gehen doch langsam runter wenn man immer nur Mana einsetzt geht immer noch sehr schön weg der Schub scheint extrem lang anzuhalten so jetzt zeigen wir es dir aber wir merken das Schub ist echt praktisch ich mache nächste Runde wieder auf sie sehr schön das macht sie ist sie auch stärker geworden dann macht der Schub sie auch stärker ok ok ich muss erstmal das aktivieren weil die automatisch mal runter gehen ok das war der falsche zweite versuchen wir mal der ist auch falsch der ist auch falsch ich kann mir nicht ich kann nicht ach wohl vielleicht nicht da oben und sogar lass mich raten hier oben ist ein Tipp muss einen Blick geben um unsere Zeit zurückzugehen nein ist es nicht ok oh nicht da reinlaufen wahrscheinlich ist das denn hier oben der zweite ja bist du vielleicht der dritte das wäre sehr convenient ja bist du sehr nice gut das dritte ging ja auch eigentlich ah sehr nice und da oben rechts bestimmt der letzte nö ist er nicht ich dachte war das letzte weil er so versteckt war mit den grünen und so weiter aber ist er vorletzte nur und hoffentlich jetzt werden wahrscheinlich die Kämpfe auf den Gittern nicht mehr sein Sicherheitssystem offline für Labore 16 und 3 achso die Tür ist noch offen gut dann würde ich mal sagen wir betreten morgen das nächste Tor ich hoffe es euch wieder gefallen und schalt es nächstes Mal wieder ein weil das heißt let's play Evoland 2 und wir dieses Labor weiter in die Lupe nehmen bis zum nächsten Mal Leute ciao 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 ciao